Einen ganz wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Python und Pandas mal wieder. Und zwar habe ich hier eine Anfrage für euch vom Fraunhofer-Institut, die mich nach einem Video zu diesem Thema gefragt haben. Beziehungsweise zu den Themen, die hierauf aufbauen werden. Das ist erstmal hier die Grundlage, die wir zuerst brauchen, damit alle folgen können. Okay, also was haben wir vor? Wir wollen die Daten von Pandas in eine Datenbank einlesen, beziehungsweise reinschreiben und speichern sozusagen. Aber wir wollen sie auch davon wieder laden und natürlich auch mit so Sachen wie Datum und Uhrzeit rumhantieren können. Der Punkt ist jetzt allerdings erstmal, wir müssen erstmal anfangen hier die Datenbank überhaupt aufzusetzen. Und dazu habe ich mal XMPP installiert, das kennt ihr aus anderen Videos von mir. Wir sind ja auf einer Windows-Maschine aktuell gerade, aber natürlich gibt es für Linux einfachere Varianten sozusagen. Das Ganze läuft aktuell auf Port 3306. Und ich habe eine kleine Datenbank für, beziehungsweise, ja, eine Datenbank für euch angelegt, namens PandasData. Und hier rein kann ich quasi alles schreiben, was ich möchte, was eben hier von den ganzen Dingen läuft. Hier ist aktuell nichts drin, wie ihr sehen könnt, also keine Tabelle mit Daten ist hier drin. Und ja, hier möchte ich jetzt erstmal meine ganz normalen Daten reinschreiben. So, dazu muss ich natürlich erstmal einiges gemacht haben. Das heißt, als erstes brauche ich mal SQL Alchemy. SQL Alchemy ist ein Modul, das ihr euch installieren könnt, haben wir ja auch schon benutzt. Und zwar Import SQL Alchemy. Ihr werdet es relativ schnell merken, wenn ihr das nicht installiert habt, dann kommt hier eben der Hinweis, ey, bitte installiert das doch, das sieht dann ungefähr so aus. Ansonsten könnt ihr hier unten auch unter Python Packages, stimmt, ich musste den MySQL Client noch nachinstallieren, aber grundsätzlich könnt ihr hier unten auch immer suchen nach SQL Alchemy und hier dann eben sehen, aha, ich habe Version 1.4.25 installiert und ja, die kann ich im Endeffekt dann auch verwenden hier. Also ich kann es auch löschen natürlich, ich kann aber auch hier, wenn es nicht installiert ist, gibt es hier einen Button zum Installieren oder ich kann es über PIP ganz normal installieren, so wie wir das immer gemacht haben. So, selbstverständlich brauchen wir auch Pandas, Import Pandas als PD und wir brauchen auch NumPy, weil wir uns Daten wieder zufällig generieren lassen, also als NP. Und wir werden, ja wobei, das machen wir nachher. Okay, als erstes Mal müssen wir uns mit der Datenbank verbinden und das ist jetzt vielleicht für die Leute, die eher aus dem Data Science Bereich kommen, nicht ganz so typisch, wobei eigentlich solltet ihr auch mit Datenbanken umgehen können. Falls nicht, ich habe auch ein SQL Tutorial gemacht, das ist zwar schon eine Weile her, aber ihr lernt die Syntax von SQL relativ gut. Zu SQL Alchemy findet ihr auch ein Video, wenn ihr einfach mal bei mir in die Flask-Playlist reinguckt. Aber ich kann das gerne auch eigentlich hier dazu packen, passt eigentlich auch ganz gut hier rein. So, das heißt, was wir brauchen ist, wir müssen eine Verbindung herstellen. SQL Alchemy.CreateEngine, das ist die angenehmste Art und Weise, wie man das machen kann. Und hier rein, relativ simples Schema, wir wollen uns mit MySQL verbinden, wir wollen uns mit der Bibliothek PyMySQL verbinden, da die maintained wird und ziemlich gut ist. Und das ist quasi unser Protokoll hierbei. So, das heißt, danach ein Doppelpunkt und Slash Slash. Danach, als wer wollen wir uns anmelden? Die Datenbank hier bei mir lokal ist aufgesetzt als, ja, ich greife einfach mit Root drauf zu, ohne Passwort. Das heißt, ich mache hier einfach ein Doppelpunkt und hier würde eigentlich das Passwort hinkommen, aber es gibt kein Passwort. Das solltet ihr natürlich in keiner Produktivumgebung haben, aber so für euch lokal zum Testen ist das von mir aus ganz in Ordnung. Wohin wollt ihr euch verbinden? Das kommt hinter das Ad. In meinem Fall ist das Localhost. Hier kann aber auch eine IP-Adresse oder Domain stehen, ist klar. Und nach dem Doppelpunkt kommt der Port, wie üblich bei einer URL. Das heißt 3306 bei mir. So, dann ein Slash und ich muss angeben, welche Datenbank ich auswählen möchte. Und das wäre in meinem Fall die Pandas Data Datenbank. Okay, das ist erstmal alles. Jetzt möchte ich hier mal einmal die Engine verbinden mit einem Connector. Das heißt, con ist gleich engine.connect. So, und jetzt könnte ich hier jegliches SQL ausführen. Das heißt, ups, nicht hier drin, sondern ich könnte hier sowas machen wie con.execute. Gut, und könnte ich hier dann select all from, ja gut, wir haben halt noch keine Tabelle, deswegen geht das leider hier nicht. Aber können wir nachher machen, wenn wir das Ganze einmal laufen gelassen haben, würde das gehen. Kommt aber wie gesagt auch noch. Okay, aber was wir jetzt als erstes machen wollen, ist, wir wollen natürlich Daten generieren. Das machen wir hier unten mal. Wir wollen ein DataFrame generieren und zwar wie gewohnt als pandas.dataframe von numpy.randint. Und hier können wir einfach zufällige Integer-Zahlen generieren. Das heißt, sowas wie von 0 bis 100. Ich hätte sie ganz gerne in der Form von 100 auf 3. Das heißt, wir haben danach ein relativ, ups, da fehlt ein Komma, ein relativ großes DataFrame mit 100 Zeilen, allerdings nur drei Spalten. Und das können wir uns mal ganz kurz ausgeben lassen. Und wir machen einfach mal hier ein Print DataFrame, dann sehen wir auch, wie das Ganze aussieht. So, wenn das läuft, genau, perfekt. Also hier oben kommt natürlich nichts, weil hier wird nichts ausgegeben. Aber hier unten sehen wir hier die Spalten 0, 1 und 2, die Zeilen 0, 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Und hier eben zufällige Zahlen zwischen 0 und 100. Genau, was wir jetzt allerdings noch machen können, ist, wir können das Ganze renamen, df.rename. Denn dann haben wir hier auch die Namen für die jeweiligen Spalten schon drin. Das heißt, wir mappen eigentlich die 0 auf ein A. Ich hätte es ganz gerne A genannt. Dann die 1 mappen wir auf ein B. Aber das müssen wir nicht machen. Das sieht aber am Ende dann natürlich für die Tabelle ein bisschen besser aus. So, 2. Okay, machen wir auf der ersten Achse. Das heißt, die Spalten wollen wir umbenennen. Und wir machen das auch in Place, damit wir nicht das Ganze neu speichern müssen. Cool. Jetzt haben wir ein DataFrame, das uns danach, also das ist jetzt einfach das, was ihr von mir aus generiert habt. Das ist von euren Sensoren, von irgendwas gekommen, wo ihr eure Daten her habt. Und anschließend wollen wir das Ganze in eine Tabelle ablegen. Das heißt, Table-Name ist gleich. In meinem Fall würde ich die Tabelle ganz gerne simple nennen. Denn das ist das einfachste Beispiel hier. Und dann gibt es eine Funktion von Pandas, die mir hier genau hilft. Also ich rufe quasi auf meinem DataFrame die ToSQL-Funktion auf. Das ist im Endeffekt genau das, was wir schon mit ToCSV kennengelernt haben. Hier kann ich quasi speichern. Allerdings muss ich natürlich hier erstmal alles vorher fertig haben. Das heißt, ich muss die Engine haben, ich muss die Connection haben und ich muss natürlich auch die Datenbanknamen und so weiter haben. Das heißt, als erstes Table-Name angeben. Das ist nämlich erstmal die Grundlage, wo es eigentlich reingespeichert werden soll. Dann brauchen wir hier die Engine, damit wir uns verbinden können. Den Connector brauchen wir hier an sich nicht. Denn ja, der ist nur dazu da, damit wir hier direkt SQL ausführen können. In unserem Beispiel machen wir das noch nicht. Noch wohlgemerkt. Dann gibt es hier noch eine weitere Möglichkeit mit IfExists. Hier können wir das Ganze auf entweder, ja, es gibt verschiedene Optionen. In meinem Fall möchte ich die Replace-Option wählen. Damit werden vorhandene Daten in der Tabelle namens Simple ergänzt. Das heißt, die Tabelle wird gelöscht und meine Daten werden da reingeschrieben. So, ich möchte zudem den Index nicht setzen. Das haben wir ja schon gesehen, dass es den nicht gibt in der Tabelle. Und ich möchte die Chunk Size setzen auf zum Beispiel 500. Das heißt, es wird regelmäßig immer wieder was zurückgeschrieben, damit die Tabelle bzw. die Datenbank auch immer was zu tun hat. Und dann gibt es noch einen letzten D-Type. Den möchte ich hier irgendwie definieren, quasi wie sieht was aus. Und hierfür muss ich quasi definieren, wie sieht es eigentlich dann am Ende in meiner Datenbank aus. Also, was ist eigentlich was? Okay, also ich möchte A haben. Das ist quasi meine Spalte. Die soll bitte ein Integer sein. Integer. So, und das ist jetzt ein Datentyp, den ich importieren muss. Denn das ist nicht irgendein Datentyp, sondern der kommt von SQLAlchemy. Das ist tatsächlich ein möglicher Datentyp für Tabellen. Das hat nichts mit dem Integer in Python zu tun. Also, klar, es ist dasselbe, mehr oder weniger. Aber in dem Fall geht es um das, was ich in die Tabelle reinspeichere. Ich kann hier auch einfach sagen, ey, ich möchte da gerne eine Gleitkommazahl reinspeichern. Na ja, dann wird halt eure Zahl als Gleitkommazahl abgespeichert. Weiter geht es mit B. Das wird ebenfalls ein Integer. Und natürlich C, was auch ein Integer wird. So, und wenn ich das alles habe, dann kann ich jetzt mal meinen Code starten hier. Und wir sehen gleich, dass diese Daten hier wunderbar hier erstellt werden. Natürlich mit den Namen A, B und C. Und ich habe hier unten dann am Ende meine, ja, meine Daten und Spalten in meiner Tabelle. Jetzt müssen wir natürlich nachgucken, ob hier sich irgendwas getan hat. Und ich habe jetzt absichtlich noch nicht aktualisiert für euch. Denn, ja, wir machen das einfach gemeinsam. So, aktualisieren wir das Ganze, sehen wir hier eine Simple-Tabelle. Und in dieser Simple-Tabelle sind exakt 100 Einträge, die eben genau diese Daten hier sind. Also 4, 46, 91. Wir können das einmal ganz kurz abgleichen natürlich mit hier unten. 4, 46, 91. Dann haben wir hier 13, 68, 89 und so weiter und so fort, bis wir eben ganz unten sind bei, ähm. Ach ja, das sind nur die ersten 25. Ich war gerade verwirrt. Wir wollen aber die ersten 100 haben. So, bei hier 56, 80, 16. Also wir haben hier tatsächlich alle Daten jetzt drin. Das heißt, wir können relativ simpel eigentlich alles, was wir haben, in eine Datenbank speichern. Und diese Datenbank muss selbstverständlich nicht bei uns auf dem System liegen, sondern kann auch auf einem anderen System liegen. Das habe ich euch ja gezeigt. In dem Fall liegt sie bei uns auf dem System, was aber eigentlich für lokale Sachen relativ angenehm ist. Und wir müssen uns jetzt nicht weiter drum kümmern. Das heißt, wir können hier einfach weiter damit arbeiten. Eigentlich meiner Meinung nach, wenn man die Daten nicht irgendwie hin und her transportieren muss, zu vielen verschiedenen Menschen, eine der simpelsten Möglichkeiten, auf einem Datensatz zu arbeiten. Wenn ihr jetzt mit sehr vielen Menschen arbeitet, die nicht in eurem Team sind, dann macht das natürlich wenig Sinn. Dann würde ich euch eher CSV empfehlen. Wenn ihr allerdings zum Beispiel, ähm, in einem Team arbeitet, dann würde ich euch generell empfehlen, eine Datenbank zu haben, wo dann alle auch drauf zugreifen können. Sprich irgendwas, wo halt zentral auf irgendeinem Server liegt. Da müsst ihr euch auch nicht drum kümmern, wie viel Platz die Dinger verwenden. Außer euer Server ist so klein, klar. Okay, das war's von meiner Seite. Ups, sorry. Nächstes Mal geht's natürlich dann weiter. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao.